Willkommen zurück bei Outlast 2, wo ich jetzt die Ehre dem Chris überlassen habe, das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht, weil wahrscheinlich geht es jetzt richtig zur Sache und ja, wir legen dann einfach mal los, ne? Ja, also das große Maul, was ich jetzt die ganze Zeit hatte und mach doch mal so und ey, und ach, ist doch alles voll easy, das wird mir jetzt alles im Hals stecken bleiben, weil nun bin ich am Drücker hier bei Outlast, wir hatten hier im letzten Part noch schön komische Sachen gelesen. Die Scheide der Hölle hatten wir, da habe ich schon wieder verdrängt, aber ich merke schon, das ist dein Ding, da fühlst du dich zu Hause auch sperren. Scheide ist mein Wort. Und somit muss ich natürlich auch erstmal Steuerung und so, wie war das erzählt? Tab, genau, Tab, also wenn du Steuerung gedrückt hältst, dann bist du so, musst du aber gedrückt halten, natürlich. Ach so. Geht schön auf den kleinen Finger und C ist kriechen. Ach, C, okay. Und wenn du beim Sprinten, äh, Kriechen drückst, dann machst du diesen, diesen Slider. Also mit C denn? Ah, okay. Also das, oder das Slider ist, genau. Und jetzt kriegst du. Okay, 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 passt schon. Gut, der Rest, der Rest ist intuitiv. Haha ist heilen. Hahaha heilen. Hahaha heilen. Gut, na dann, gehen wir mal hier runter. Hier wird es gerade wie bei Amnesia. Tatsächlich ja, so ein bisschen Katakomben mäßig jetzt hier. Oh, die Zensi, da. Sorry. Ne, ne, ist ja, ist bei Outlast, glaube ich, besser so. Kannst du das filmen? Gib mir dein Leben. Gib mir deine Kinder. Warte. Gib mir ihre Leben. Kannst du den richtig, also mit, äh, hier, mit. Nightwischen? Entschuldigung. Angucken, den Typen, im Käfig. Ach hier. Was ist denn der eine Spät, was ist denn das hier? Was ist das hier? Ich würde es erstmal als Gefängnis oder irgendwie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Stop. Frauen in Outlast ist nicht gerade eine Sache, die verständ... also hatten wir... oh. Da oben liegt ne Batterie. Nehmen wir eine Taschenlampe, ist ja... Auch sehr, sehr geil. Ja. Gut, also die... Die schreien alle, also die wollen glaube ich einfach nur sterben und... Ja, aber alles wieder in diesem Sinne... Ist das nicht da links? Im Sinne Gottes, sozusagen. Ja, von Val haben wir ja schon was gerade gelesen gehabt, ne? Da ist ein Schlüssel, da ist das ja unerführlich. Das ist ein Lateinisch. Kannst du da durchgucken ins Fenster, um sehen, was da passiert? Was? Sie sind scheinbar hier alle geil darauf, hier Opfer zu werden oder irgendwas. Dein Kind, dein Kind ist er, also mit den Kindern, ist ja klar. Sie ist reich mit dem Antichrist! Die Feindler wartet in ihren Wäldern! In ihr? Hat ihn... Hat ihn... Hat ihn Kind? Shit! What shit, Blake, what and shit? Naja, der redet von Lynn. Ach so! Ja, ja. Ist unsere Frau schwanger? Karbe... Kannst du... Da geht's ja nicht weiter, wir haben noch einen Schlüssel. Also, Entschuldigung, ich... Da hinten ging's nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, ich gucke nochmal. Ach so, ne. Ne, ich denk mal, der Schlüssel, der hilft uns jetzt bei der anderen Tür, die blockiert war oder so. Also, hier sollten wir wahrscheinlich wirklich nur den Schlüssel... Wie gesagt, also, verlasst euch nicht drauf, dass wir alles sehen. Ne, also wir werden jetzt hier 100% alles schief, wenn wir uns runnen oder so machen. Also, wir versuchen gerade bei den Dokumente sind ja immer, äh, wichtig, blockiert. Nur noch blockiert. Wobei könnte uns jetzt der Schlüssel behilflich sein. Vielleicht ging's da bei den Käfigen doch irgendwo lang. Also, nicht, äh, links, sondern bei den, äh, Käfig... Teilen da selbst. Oder vielleicht ein Käfig aufschließen. Irgendwie so, ja. Wir müssen mal gucken. Oh Gott, ich... Ja, das ist wieder... Verrust mich grad. Super! Also... Da kommt man raus, ja. Das ist mir vorhin auch passiert, wo wir das erste Mal, wo wir gestorben sind, da, wo uns jemand angegriffen... Da hinten? Was ist denn da hinten? Geht's da weiter? Ah, okay. Ah, okay. Okay, äh, klar. Ja, das... Oh Gott, geil. Hier ist gleich einer. Ah! Was ist denn Papa, dass ich zu ihm stehe? Oh Gott! Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Kein Kind geschont. Also... Wie gesagt, die haben jetzt hier scheinbar echt mit den Kindern. Und die brauchen wir jetzt den Schlüssel. Lädt der die Batterie automatisch danach, oder? Nee, musst du selber machen. Geht, okay. Oh. Doch, ich, ne? Das klingt auch so ein bisschen nach... 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 nach sehr vielen Kindern, als ob die was suchen, ne? Ja, ja, ne? Wir haben es ja auch gesehen. Da ging ja gut was ab. Bei Outlast 1 war ja dieses... nach was suchen, war ja der perfekte... Wirt. Wirt sozusagen. Eigentlich geht's ja da oft in Kult-Sachen drum, ne? Irgendwas Perfektes zu finden. Ah, die hier in dem Fall die perfekte Opfergabe scheinbar. Wir gucken erstmal... Blockiert. Nett, dass das schon da steht. Ja. Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Okay. Sehr geil. Halten zum Spälen. Ach so, das Spälen. Oh Gott. Und jetzt kannst du eh drücken, um noch, glaube ich, weiter zu... oder? Ach du Gott. Okay. Großer Traum. Hey! Hey! Was soll das? Ach, wieder Evangelium von Sullivan Knott. Du kommst wieder die Scheide der Hölle. So. Okay. Alles klar. Evangelium Sullivan Knott. Kapitel 11, bla bla bla. So sieht es. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald stand bevor und die Luft war erfüllt vom Gesang von Papas herrlicher Hymne und die Fuck. Und die Nacht singt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen Klingen. Hatten wir das nicht vorhin schon? Hier. Nee, nicht so ganz. Jetzt wurde was dazu gehört. Ja. Ach so, warte mal. Gucken wir uns doch mal Klingen aus. Ist auch... Also hier wurden noch ein paar Sachen hinzugefügt. Und Satan obgleich in der Hölle gefangen durch Drang Walts Herz. 9. Und Satan scheitern Wal, der Feind ängstlich in seinem Gefängnis griff in das Herz halte, wenn es treuesten Schülers, dessen Name Wal war. Aha. Und der die Kleider der heimlich stahlhellsigen und unbeschnittenen im Herzen trug. 10. Walts Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der faulen, süßen, heißen Saat des spinneugigen Lammes und trank von ihr. 11. Wal verriet Tempel, Gate und Gott und selbst Talavan Nott, der ihn geliebt hatte und die außer Wilden zur Erlösung führen werde. 12. Und der Herr sprach, lass Wal und alle Käster tausend qualen allein und sieben mal sieben Schande vor dem Tod und im Leben danach. Und Schande. Was ist das denn für ein Satz da mit der Hymne und mit dem Hymne? Ist es eine Hymne, Hymne? Nicht Hymne. Ne, Hymne. Ganz normal. Und die. Herrliche Hymne. Und die. Fuck. Das ist eine neue Gruppierung, die Fuck. Okay. Okay, krass. Also wie gesagt, den Text hatten wir so halb schon. Halb, aber irgendwie als ob da was... Äh, Escape muss ja dann drücken. Ach, Escape muss ja dann drücken. Ach, Escape muss ja dann drücken. Ach, Escape muss ja dann drücken. Entschuldigung. Als ob da irgendwas noch hinzu... Füße sind die mit mir jetzt hier. Ja, ich bin... Ich sitz... Kann ich ruhig sitzen. Okay, Lynn? Lynn? Wo bist du, Lynn? Da. Ne. Siehst du da was? Ah, nicht so ganz. Was? Da? Da kannst du durchgucken, ne? Ah, ne. Oh, doch. Lynn! Oh Gott, Blake! Ist du okay? Nein. Was ist der Fuck? Ich weiß nicht. Oh, shit. Wir müssen zu fahren. Hey! Hey! Auf der Außen! Okay. Hinterher! Wow! Lynn! Wo sind wir gehen? Weg von hier. Anywhere, aber hier. Ja, du sagst das. Das... Das ist... Ja, das ist super, super geil. Super cool gemacht. Ah! Oh Gott! Was ist das? Mein Körper. Oh je. Es tut mir leid. Irgendwas ist falsch. Scheiße! Oh oh. Oh oh. Ist die Frage, ob sie jetzt wirklich schwanger ist? Verletzung, oder haben die jemanden eingesetzt? Wir haben Bandagen gehabt. Besonders großes Glied vielleicht? Jesus Christ, Lynn! Was ist hier passiert? Ich sagte, dass du tot bist. Als du gefallst, dachte ich, dass wir alle tot waren. Was? Das ist bestimmt... Sie ist zu Recht ein bisschen traumatisiert. Ja. Die Außenseiterin brachte die faule Last nach Tempel Gate heute. Sie trägt ein Kind in sich. Sie tragt ein Kind. Ich selbst würde die untersuchen würden. Sie sind der Meinung, dass sie scheinbar schwanger ist und... Satansbraten in der Röhre hat. Ja. Wir wissen scheinbar nichts davon, dass sie schwanger ist. Wir müssen einfach weg von diesem Ort. Bitte. Okay. Ja, bitte. Schau die Erde, für ihre Blut! Rippe den Schein aus ihren Becken und schraue sie unter Ihrem Boot! Okay. Bleib zurück! Wir werden die Ganta. Ich versuche, die faule Christ, die erste Person, die mich zuhört und die Augen verliert. Die neugierter Becken und schraue ihn Oh, was? Ich seh grad gub. Kannst du da hin? Was machst du grad? Nee, kann grad gar nichts machen. Das ist ein Katzi. Sehr vulgär. Die sind aus den Bauchmenschen. Kannst du nach rechts gucken? Nee, kann halt gar nichts machen. Was? Leck uns doch nicht ab! Was? 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 Man wusste halt einfach, man hat eine Knarre, in irgendeiner Art und Weise. Oder wenigstens ein Messer, aber man hat hier halt nichts. Das ist nur der Ene-Typ, ich glaube, bald ja, ne? Hm? Ich glaube, es ist nur der Ene-Typ jetzt hier, oder? Ich glaube ja, ich glaube ja. Schon lange keine Batterie mehr davon. Jetzt kommt der wahrscheinlich wieder... ... mit dem Steg entlang, oder? Ja. Ja. Da tut's aber nicht hier sein, oder? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Ich sag, kannst mit V und dann auch gerne, wenn dir aber... Also mir hat's ein bisschen geholfen, aber... Da mit V? Achso, wenn die die Kamera... Achso, wenn die die Kamera gedöhnt, ne? Ist jetzt grad links von uns. So richtig hart links, meinst du? Da läuft jetzt grad hier draußen lang. Was? Oder das im Haus? Ach, das ist noch nicht. Kann man da auch rein? Was, der war im Chor, ist aber schön. War ja noch im Chor vielleicht? Aha. Ist gar nicht so einfach, ne? Obwohl da nur einer... Naja, ich weiß halt grad überhaupt nicht, wo er ist, ne? Ich glaub, er ist rechts von uns. Ja. Kannst du da drüben rein? Ja. Oh Gott, hier ist ja mega dunkel. Okay. Ist aber... Ich glaube, es ist safe, wenn man abschließt. Oh, da muss man nur ein bisschen... Aufpassen, denke ich. Durchs Fenster. Mag hier irgendwas noch in dem Raum? Ich fühle mir leid, wenn ich dich damit nerve, aber... Ja, ne. Batterien und so sind ja wichtig. Ich will nur nicht, dass er... Oh Gott, die Puppe war ja gerade wirklich schön. Aber sieht nicht so aus. Puh, ja, ich muss jetzt erstmal einen Überblick... Wir sind jetzt da reingekommen. Ja, ja. Wie Blake atmet, das ist ziemlich cool. Wir müssen hier links jetzt weiter. Ja, da hinten ist zwar auch noch ein Haus, aber... Da drüben ist er. Okay. Ich denke, kann man versuchen. Mach ich jetzt auch. Ich renne jetzt. Nö. Komm, 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 komm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh nein, nicht schon wieder. Versuch mal, es ist... Äh... Kannst du dich bewegen? Komm. Ich denke mal, so ein bisschen von beiden. Ja. Das ist jetzt... Erst mal gucken, ob es die Batterien gibt. Ja. Krass. Schulen erinnern mich auch immer an Silent Hill. Tatsächlich, ja. Mhm. Schule, Krankenhaus... Teil 1. Ja, Teil 1, genau. Repent. Was steht da? Wo bist du? Ach so, das sind nur so eine... Oh, wir sind... Wir sind... Wir waren am Anfang auch in der Schule. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, stimmt. Mit Jessica? Ich glaube, wir müssen aus der Tür raus. Mhm. Steht eigentlich irgendwo, wie viele Batterien wir noch haben? Ich glaube nicht, dass wir überhaupt noch eine haben. Musikunterricht. 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 Oh, das ist natürlich mal ein geiler Musikunterricht. Ist ja richtig wie ein Orchester. Da hinten steht an der Tafel was. Ja, wir gucken uns natürlich an. Ich bin sorry, dass ich das tun muss. Du solltest mich lieben. Du solltest mich helpt. Du solltest mich helpt. Jesus, vergib mir. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich bin sehr, sehr sorry, Jessica. Ich erinnere das. Du solltest mich lieben sein. Er kann sich daran erinnern. Ich vermute mal, die hat sich umgebracht. Du solltest mich helfen, wirst du? Ja. Okay, ähm, da machst du genau... Wie die f**k gehe ich raus? Ah, okay. Haben wir eins verpasst? Ja, das heißt, dass wir eins verpasst haben. Ich wiese es nicht, aber... Es ist ja stimmt. Es ist nur... Musik, aber ich habe es gesehen. Ich weiß, ich habe es gesehen. Hä? Okay, krass. Das klingt wie rückwärts. Was war das? Ja, ja, so ein bisschen, ne? Also, wir können zwar filmen, aber wir können Polylogs. Aber wir... Wir können es nicht anschauen. Was ist das? Das ist so ein Bild. War doch Lynn. Hast du recht gehabt? Ja. Und wir wahrscheinlich. Damals, als wir... auf vierten Klasse. Ich bin zurück in der vierten Klasse. Und hier dachte ich, es könnte nichts mehr machen. Oh! Hängt das jetzt mit den Geschehnissen in diesen komischen Dörfchen hier zusammen? Okay. Ich verrate euch mal das. Ich weiß ja, was jetzt passiert. Aber der Chris weiß das nicht. Oh, danke. Bitte. Aber so weit finde ich schon irgendwie cool. Also es ist wirklich komplett anders wie in der Demo. Aber ich denke, ich weiß schon. Stefan, wer ist denn das? Ah, I see. Okay. Und wenn wir jetzt hier wieder lang wollen... Ah ne, jetzt können wir hier lang, oder was? Okay. Sie konnten auch links aufkommen. Ich denke mal, das ist schon so gewollt, dass wir hier lang gehen. Allerdings wären halt Batterien echt mal ganz nice. Sieht schon sehr geil aus. Ja. Ja. Einfach wie so'n scheiß Flur, ja. Aber das ist jetzt manchmal eben. Gibt da Schnee? Das war mich das auch ein bisschen erinnert. Cry of Fear. Kennst du das? Ja, absolut. Ja, ja, ja. Total, total, total. Das war ja auch richtig abartig. Ja. Schnee. Shattered Memories. Mal sehen, wie viele Spiele wir noch so filmen. Wow. Alter, verdammte Axt, die ist ja... Willkommen bei The Long Dark? Ja, wir kommen bei The Long Dark. Oh man. Keine Ahnung, wo ich lang durfte, aber wir laufen irgendwo lang. Nachlaut. Lade doch! Ist das ein Tor? Das ist... Ah ne. Brauchst du unbedingt Night Vision? Also das ist so gut, ja. Jetzt ist es gerade vielleicht nicht. Aber... Also davor, ja. Ich verstehe schon. Tatsächlich für Wien. Wow. Hauptsache, der Batteriestatus ist in dieser komischen Traumsequenz noch, so wie in Realität. Haben wir was auch immer das ist. Dieses weiße Zeug, Visions. Oh, oh je. Du bist er, nicht wahr? Der Außenseiter. Ja. Der Außenseiter, der hat dich töten, hast du nicht gedacht? Was? Nein. Nicht noch. Und es hilft dir jemand. Oh. Easy. Oh. 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 er zögert ja ja weil er dachte sich jetzt wahrscheinlich okay wenn ich ihn jetzt aufbringe dann so gut ich würde sagen es ist eine gute stelle um den part zu beenden ja ja krass also ich muss ganz ehrlich sagen ich staune es ist viel story tatsächlich schon so ein bisschen ja doch ist tatsächlich anders als der erste teil der erste teil war ja am anfang schon viel jumpscares und und vielmehr dieses horror sei jetzt mal aber hier bauen sie wirklich erst mal gerade irgendwie war drauf und man hat schon viel mehr so diese diese schichte irgendwie vielmehr fragen und das alles also bin wirklich sehr spannend also ich finde also jetzt nicht dass jemand denkt also ich denke ich dass es negativ meint also wie gesagt dass das andere er stimmt das andere outlas wirkte ein bisschen hektischer vielleicht sogar hektischer weil man viel wirklich und man 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 hat wirklich ein bisschen gelächt so nach der story und hier ist man die ganze zeit eigentlich noch so finde ich aber gut ist ja wirklich ist ja nicht uninteressant also vor allem haben wir ja auch viel viel mehr mit menschen zu tun ja das ist ja jetzt natürlich wobei es auch nicht wissen was mit ja so ist ja ich durfte mich spannend sein im nächsten part erfahren bestimmt ein jetzt mehr und auch hier über den isen ja wir sehen uns dann nächsten part pass an tschüss Musik